Aufwachen klang noch nie so gut. Mit dem Teufel Radio One startet der erste Sound des Tages direkt mit einem Highlight. Unser Bedroom-Speaker, der auch gerne in der Küche oder im Kinderzimmer steht, macht Schluss mit nervigem Gepiepse und lässt dich mit ordentlichem Sound erwachen. Außerdem ist er ein echter Hingucker für das Schlafzimmer. Edler Stoffbezug in schwarz und grau, minimalistisches, leuchtendes, automatisch dimmendes Display und ein knackiger Sound, der dich auf Wunsch direkt mit Rhythmus in die Morgenroutine holt. Als stärkster Radiowecker in seiner Klasse trumpft das Radio One nämlich mit echtem Stereo-Sound aus zwei großen Fronttönern aus Aluminium und einer passiven Bassmembrane auf der Rückseite auf. Dank der Dynamo-Technologie klingt das wie aus einer Stereo-Anlage. Darüber hinaus haben wir vier exklusive Teufel-Alarm-Sounds kreiert, damit du einen angenehmen Start in den Tag hast. Der Alarmton Berlin ist zum Beispiel eine kleine Referenz an das Läuten der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Selbstverständlich kannst du auch deinen Lieblingssender auf einer der insgesamt drei Stationstasten abspeichern. Was ich ganz besonders praktisch finde, du kannst das Radio One sogar über Bluetooth 5.1 aus dem Standby aufwecken. Auf der Rückseite findest du zudem einen AUX-Eingang und einen Ladeport für dein Smartphone. Wenn dich das Teufel Radio One interessiert, schau doch gerne mal auf unserem Webshop vorbei oder besuch uns in unseren Stores. Diese findest du auf teufel.de slash shops